Guten Abend, zur Einstimmung auf unsere heutige Kundgebung und Demo, wie immer ein musikalischer Beitrag, heute Gitarre und Gesang von Volker Rosenberger. Er beginnt mit einem Blues, mit einem Blue-Posar-Oper aus Brasilien, ist das richtig ausgedrückt. Viel Spaß mit Volker. Einst du Bödergang Rief. Einst du Bödergang Rief. 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 Musik 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 Es folgt ein altes Stück aus den 60er Jahren, von den Jettos. Sleepwalk. 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 Musik 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 Applaus 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 Danke Volker Rosenberger Er kommt aus dem Remstal Spielte früher bei der Gruppe Just Five Ist Gitarrenjäger Und macht wie wir alle gehört haben Eine echt spitze Musik Danke Volker Applaus Applaus Vorab am 24. Juni Äh Juri Findet eine Demo statt Druck in den Kessel Für ein anderes Stuttgart Ein ganzer Nachmittag Programm 18 Uhr die Demo Es gibt Informationsmaterial hier am Infostand Bitte deckt euch mit Infomaterial ein Verteilt es und kommt kräftig Hallo Freunde Hallo Freunde Trumps Trumps Donald Pofferliert in höchster Vollendung Er hält den Klimawandel nicht für beendet Er streitet ihn einfach ab Die Population der Eisbären Die Population der Eisbären ist so groß wie noch nie Der amerikanische Cowboy irrt sich mal wieder gewaltig Fest steht Die Population der politischen Wirrköpfe ist beängstigend groß Applaus Am vergangenen Wochenende Trafen sich die Oberwirrköpfe dieser Welt Die Mächtigen Die Klimaschwindler Waffenecks und Importeure Scheindemokraten Despoten Kriegstreiber Um ihre politischen Ziele Geheimabsprachen Und undurchsichtige Verträge zu manifestieren Viel kam dabei nicht heraus für uns Die Welt steht nach wie vor vor dem Abgrund Kriege, Tote, Elend und Flüchtlinge Sind nicht zu stoppen Solange Tun und Handeln Von Reichtum Vom Zugriff Und Ausbeuten fremder Ressourcen Von falschgelegter Religion Und Gier Nach Macht und Größe abhängt Wie inszeniert Und seit Wochen von den Medien Und der Polizei herbeigeredet Stand der schwarze Block Und Tausende friedlicher Demonstranten Gegen 20.000 hoch aufgerüstete Polizisten Wir erkennen alle den Anblick Die vorhersehbare Gewalt durch die Chaoten Von der ich mich ausdrücklich distanziere Verlief wie nach Regieanweisung Und brachte die Bilder und Berichte in die Welt Welche benötigt werden Um das Recht auf Demonstrationen Die Versammlungsfreiheit in Frage zu stellen Brennende Barrikaden Gefilmte Molotow-Cocktailwerfer Und Zuschauer und die nicht eingreifende Polizei Krawall ohne Ende So war es in den Medien zu sehen Die Berichterstattungen Über die Gewaltexzesse sind richtig Scheinen jedoch sehr willkommen Gezeigt werden müssen aber auch Die friedlichen Um Demokratie und Zukunft besorgte Demonstrationen und Kundgebungen Sie fanden und sie finden In den Medien kaum Zugang Das bedarf der Aufarbeitung Und ganz ganz kritischer Auseinandersetzung Gewaltbereitschaft Hass hat einen Hintergrund Begründet sich in tiefer Unzufriedenheit Sozialen Problemen Existenziellen Sorgen und Nöten Die kennt ihr Politiker nicht Euch fehlt der Zugang Ihr lebt in eurer eigenen verlogenen Welt Zur Freude der Evapierten Sind die politisch Leidtragenden Die Partei Die Linke Es ist Wahlkampf Kräftig wirft man die Chaoten Mit den Linken in einen Topf Das freut die Schwarzen Am vergangenen Samstag wurde ich Am linken Infostand in Bretten Wir haben gerade Bürgermeisterwahl demnächst Wurde ich von Leuten Von Mitbürgern begrüßt Na du Knacker Du Krawallmacher Ja Ich war gar nicht in Hamburg Wenn ich dort gewesen wäre Hätte ich keinen Krawall gemacht Das lässt meine Gesundheit schon gar nicht zu An dieser Stelle Vielen Dank an die Teilnehmer aus Stuttgart Wir hören nachher noch einen Erlebnisbericht Polizei und Medien müssen beginnen die Wahrheit zu erkennen und sich mit ihr auseinanderzusetzen Ehrliche Recherche und vor allen Dingen Distanz zur Politik ist mehr wie notwendig Passend zur Situation türkische Zustände in Hamburg Die Meldung Das Bundeskriminalamt hat einzelnen Journalisten Die Akkreditierung für den G20-Gipfel entzogen Das ganze Das ganze ohne weitere Begründung Sie sind noch auf freiem Fuß Während den Anfängen ist viel zu wenig Während die Rüstungsindustrie blüht und gedeiht Täglich totbringendes Material weltweit Mit tatkräftiger bundesdeutscher Beteiligung verkauft wird Ziegtausende Menschen Unrechtmäßig eingebuchtet sind Weltweite Menschenrechte mit Füßen getreten werden Millionen Menschen am Verhungern sind Sitzen die 20 mächtigsten Hirschköpfe und Verursacher Im feinen Zwirn in der Elbphilharmonie Und lauschen Beethovens Deunde Alle Menschen werden Brüder Wer schützt uns eigentlich vor denen im feinen Zwirn? Herzlich willkommen zur 376. Montagsdemonstration Gegen den Stuttgarter Beton- und Bahnhofswahnsinn Auch das hat sehr viel mit den Wirrköpfen zu tun Mein Name ist Michael Kaufmann Schön euch alle zu sehen Es ist immer wieder eine Freude hier zu sein Unser Motto lautet heute Wir lassen nicht locker Wir hören heute als Redner Nach Michael Becker Kernen 21 zum Thema Wer das Stuttgart 21 der Lüfte Karl-Heinz Rössler Verkehrsexperte mit dem Thema Die Treibhausgasemissionen beim Bau von Stuttgart 21 Volker Rosenberger Volker Rosenberger darf uns nochmal mit seiner Musik beglücken Und zwischendurch hören wir jetzt Dieter Richter Er hat einen Erlebnisbericht, er war in Hamburg Hallo liebe Freunde des kreativen und gewaltfreien Protests Mein Name ist Dieter Richter, Parkschützer und vielseitiger Aktivist Danke an das Demo-Team voran Dass ich hier kurz über mein Erleben des vergangenen Protestwochenendes gegen G20 in Hamburg berichten kann Es ist auch ein Bericht über Gewalt Der aber gar nicht mit den aktuellen Medienberichten übereinstimmen will Am Donnerstagabend wollte ich mit den Freunden zur Welcome to Hell Demo am Fischmarkt Welche durch die Behörden ohne Auflagen genehmigt worden war Und bei der ca. 10.000 Teilnehmer bereit standen auf die Demo-Route zu gehen Angeblich wegen 1000 vermummter Teilnehmer wurde die Demo sofort von einem Großaufgebot von vermummten Polizisten gestoppt Nach Polizeiaufforderung reduzierten dann viele von ihnen ihre Verwummung im Gesicht Wingsum an den engen Straßenrändern standen tausende Zuschauer Nachdem ein, zwei Böller irgendwo hinten gezündet wurden Stürmte die Polizei in diese Demo hinein und setzte die Wasserwerfer sofort ein Danach sah ich erst die ersten Flaschen auch fliegen Aber die kamen von Zuschauern, die auch empört waren Und warfen diese auf die Wasserwerfer, denen das ja nicht allzu viel anhaben kann Aber darauf stürmten weitere Polizisten nun durch die Zuschauer am Hand Und die Wasserwerfer spürzten auch hier hinein Was zu panischen Flüchten über die ganz grenzende Mauer führte Wobei sich viele verletzten In dieser Zeit Habe ich nur noch Polizeigewalt gegen Demonstranten und Zuschauer gesehen Polizeistiefel gegen am Boden sitzende Sogar liegende Ein Hochdruck-Wasserschal auf einzelne, bis sie umfielen Ja, ich habe noch jemanden darauf hingewiesen Achtet auf eure Augen Stunden später durfte der Demo-Zug dann endlich losziehen Mit weiterhin tausender entschlossener Menschen Die sich, wie wir, nicht von Gewalt abschrecken oder anstecken ließen Am Freitag, dem Blockadetag, versammelten sich einige tausend Demonstranten An verschiedenen Punkten, um Sand ins Getriebe dieses Gipfels zu streuen Bei diesen friedlichen Straßenblockaden gab es nach Berichten von Teilnehmern Schon hartes Vorgehen der Polizei Unterwegs fragte ich einen Polizisten mit einem Schildchen Kommunikationsteam Wie bei uns, Deeskalationsteam Wo er denn am Abend zuvor war Die Antwort Darüber brauchen wir wohl nicht zu reden Das ist die Kommunikation in Hamburg Am Nachmittag gab es leider ein paar vermummte Dummköpfe Die Steine nach Polizisten warfen Daraufhin begann eine Art Treibjagd auf alle, die irgendwie nach Demonstranten aussahen Vier Stück dieser Wasserkampfmaschinen blockierten eine Straße Am Hamburger Wahrzeichen der Kirche, auch Hamburger Michel genannt Als wir in ihre Nähe kamen und sofort bespritzt wurden Flüchteten wir uns über den Vorplatz bis zur Kirchentier Was die Wasserwerferführer überhaupt nicht hinderte, weiterhin den Strahl auf uns zu richten Ein tolles Bild, Wasserwerfer gegen Kirche Eine Aktivistin wurde kurz darauf Oder wurde Auf ganz kurze Distanz mit Hochdruck Zum Fall gebracht und stürzte mit dem Kopf auf die Straße Zwei andere Demonstranten sah ich, die durch einen Wasserstrahl Kurz vor einem Reisebus Zum Glück fuhr dieser Bus sehr langsam Hier, wie am Donnerstagabend Wurden von der Polizei tatsächlich Tote in Kauf genommen Am frühen Freitagabend wurde das stark von jungen Menschen belebte Schanzenviertel schon von einigen Polizeieinheiten samt Wasserwerfern belagert Das führte zu sinnlosen Scharmützeln zwischen den Aktivisten, den Vermummten und Polizisten auf der Straße Meiner Meinung nach hätte ein Abziehen der Polizei sofort wieder Ruhe einkehren lassen Über das, was später in jener zerstörerischen Nacht folgte, kann ich selbst nichts fürchten Aber, jemand hatte sogar auch die Bundeswehr dort gesehen Nun zum Samstag Die Großdemo Grenzenlose Solidarität Stadt G20 Mit 76.000 Teilnehmern verlief genauso friedlich wie fast alle der 20 Demos in diesen Tagen letzte Woche Übrigens, am Samstagabend waren die Straßen im Schanzenviertel nach dem ersten Aufräumen wieder bunt von Menschen, die man dort sicher nie vertreiben kann Am Sonderzug spätabends, der zurück ins Süden fuhr, gab es schon erste Schikanen gegen Protestler Die Polizei wollte sie erst nach Videoaufnahmen zum Zug lassen Mein Fazit Durch wochenlanges Reden über gewaltbereite Teilnehmer und die hier beschriebene Polizeigewalt wurde die Gewalteskalation eine sich selbst erfüllende Prophezeiung Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, war dies politisch so gewollt Trotz allem Hamburg Hamburg ist durch seine Bürger eine tolle, weltoffene, fortschrittliche Stadt Man sah es an den vielen G20 Schildern, an Geschäften, an Wohnungsfenstern oder an den vielen Hilfsangeboten, die Demonstranten von den Einwohnern bekamen Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit Lass uns weiterhin kritisch, skeptisch die Mainstream-Medien betrachten und Spaltungen der Bewegungen verhindern und dafür selber gewaltfrei ungehorsam und oben bleiben Applaus 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 Ich zitiere sinngemäß einige Aussagen von Frau Anwältin Gabriele Heinige vom anwaltlichen Notdienst, intensive Beobachterin der Vorkommnisse am vergangenen Donnerstag, laut Pressekonferenz vom 7. Juli. Wir haben gesehen, dass die Behauptungen im Nachhinein, dass es Tausende von Vermummten gab, weil sie sich nicht hätten belehren lassen, eine Fake ist. Eine Lüge. Ein Staat darf nicht mit Lügen arbeiten. Die Demo, als sie angegriffen worden ist, war friedlich, war absolut friedlich. Gegen eine friedliche Demonstration darf nicht angegriffen werden. Der anwaltliche Notdienst will heute sagen, was wir hier sehen, ist eine groß angelegte Bürgerkriegsübung, eine Aufstandsbekämpfung ohne Aufstand. Das Ganze ist ein massiver Verstoß gegen die Verfassung. Die Rufe der Sainte-Massier nach einer Notstandsverfassung sind unmäßig und rechtswidrig. Wer das gesamte Statement anhören möchte, er kann es googeln, einfach eingeben. Das sagt der anwandliche Notdienst. So, jetzt hören wir Michael von Kerner, von Kerner-Viertel. Guten Abend. Stuttgart 21 und der Großflughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER, haben zwei große Gemeinsamkeiten. Sie sind für ihre Aufgabe untauglich und werden von den politisch Verantwortlichen gegen die Ratio und einen gesellschaftlichen Nutzen durchgepeitscht. Bundeswahrtes Aufsehen allerdings erregte der BER durch seine Baumängel und die Verzögerung der Eröffnung. Das ist peinlich und wirft ein schlechtes Licht auf den Industriestandort Deutschland. Der eigentliche Skandal, das sind aber die Methoden, mit denen Schönefeld gegen die anderen Standorte durchgesetzt wurde. Und da sind wir wieder ganz nah bei Stuttgart 21. Jedes Großprojekt beginnt mindestens mit einer Lüge. Beim BER sind es sogar zwei, die Standort- und die Bedarfslüge. Zweiteres später. Rückblick 1994. Berlin ist inzwischen avisierte Bundeshauptstadt geworden und es wird in einem Raumordnungsverfahren ein Standort für einen zentralen Großflughafen gesucht, um die drei anderen zumachen zu können. Dabei werden die beiden Standorte Speerenberg und Jüterburg-Ost als geeignet ausgewiesen. Der Standort Schönefeld-Süd scheidet wegen der Lärmbelästigung und der notwendigen Umsiedlung von Anwohnern aus. Schwupps, das war's, kein Großflughafen in Schönefeld. Doch es kam anders. Die Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH hatte nämlich vorher Grundstücke für das Baufeld Ost durch die Brandenburgische Landesentwicklungsgesellschaft kaufen lassen. Dieser Fehlgriff belastete die Bilanz bis zum Dezember 2002 mit 700 Millionen D-Mark. Von da an gab's kein Halten mehr. Nun sollte Schönefeld gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt werden und da gibt es einige. Dioxinbelastung und militärische Altlasten auf dem Gelände werden von den Behörden klein geredet. Überfluggebiete und Lärmkarten werden geschönt. Die deutsche Flugsicherung, die die Mängel aufdeckt, wird angewiesen, die Füße stillzuhalten. Bürgerbeteiligung unerwünscht. Hier zitiere ich wörtlich aus der Chronik Skandalös, die die Bürgerinitiative Bürgerverein Berlin-Brandenburg e.V. zusammengestellt hat. 28. Dezember 2005 Die Brandenburgische Planfeststellungsbehörde fordert die Naturschutzverbände auf, über den Jahreswechsel schnell die bislang vergessene Befreiung der Naturschutzverbände, die eine zwingende Voraussetzung für jegliche Bauvorhaben ist, zu erteilen. Die Mitte Januar 2006 übermittelte Stellungnahme der Naturschutzverbände lautet, die Befreiung kann wegen der absehbaren schweren Gefährdung von massenhaft geschützten Tierarten nicht erteilt werden. Kurzerhand erklärt die Landesregierung Brandenburg die fachliche Stellungnahme der Naturschutzverbände für nicht dicht und erteilt sich seinerseits die benötigte Befreiung selbst. Auch hier sind wir wieder ganz nah bei Stuttgart 21. Ich hätte mir jetzt ja vorgenommen, mich nicht im Klein-Klein der Baumängel zu verlieren, aber die technischen Unzulänglichkeiten, die da so dilettantisch zutage getreten sind, sollten doch erwähnt werden. Deswegen will ich hier ein paar Diebleits der BR-schem Baumängel erwähnen. Rolltreppen werden zu kurz berechnet. Statt nun längere zu ordern, beginnen diese jetzt mit festen Steinstufen. Anwohnern fiel die ständige Festbeleuchtung des Flughafens weit vor der Eröffnung auf. Grund? Mängel in der Ansteuerung der Lampen. Sag und schreibe 600 Brandschutzwände mussten im Nachhinein verändert werden. Vor dem avisierten Eröffnungstermin, das ist schon der zweite, dem 2.06.2012, war klar, dass bis dahin die komplexe automatische Brandsteuerung nicht funktionieren wird. Deshalb wollte man sich die Genehmigung des Brandschutzkonzeptes mit einer sogenannten Mensch-Maschine-Schnittstelle erlauben lassen. Sprich, statt Sensoren, die Brandschützeinrichtungen steuern, hätten Menschen dann die entsprechenden Schalter von Hand betätigt. Ich sehe es vor mir. Ein roter Feuerderwisch hüpft, es brennt, es brennt, rufen durch die Schalterhallen und zwangsverpflichtete Mesner ziehen am Glockenzug die Brandschutzklappen auf. Deutschland, das Hightech-Land, Stuttgart 21 und der BER, die Vorzeigeprojekte der Kanzlerin. Und nun zur Bedarfslüge. Braucht es diese Flughafenkapazitäten überhaupt? Zu Junggesellenabschied übers Wochenende nach Malle, Tagesshopping-Trips nach Mailand oder Manchester für 9,95 Euro. Alles nur möglich dank Lohndumping und steuerfreiem Treibstoff. Wir sagen Nein und ich fordere die Streichung aller Subventionen für die umweltschädlichste aller Mobilitätsformen und einen konsequenten Ausbau der Schieneninfrastruktur. Wiedereinführung eines Deutschland-Taktes, der Wiedereinführung europaweiter Nachtzugverbindungen und dem Stopp vermeintlicher prestigeträchtiger Großprojekte wie Stuttgart 21 und dem BER. Und das viele schöne Geld, was dafür schon verbraten und verschmiert wurde, ist leider weg. Doch nun gilt es das Beste aus der Situation zu machen. Bei Stuttgart 21 haben wir das zukunftsweisende Konzept Gummstieg 21 erstellt. Und für die Berliner hätte ich da auch noch eine Alternative anzubieten. In dem Parkhaus setzen wir die ganzen SUVs mit Schummelsoftware fest. In dem Abschiebegefängnis parken wir die kriminellen Automobilmanager von Audi und Co. Bis zu ihrer Abschiebung nach Elba. Den Tower könnte Christo mit Plastikmüll aus der Ostsee verhüllen. Die Abfertigungshalle machen wir zur Geocachingzone und lassen die Besucher die 10.000 Mängel suchen. Der Flughafen wäre belebt, die Gastronomiebetriebe hätten Kundschaft, die S-Bahn müssten nicht mehr leer fahren, um die Schimmelbildung an den Wänden zu verhindern. Und wir alle könnten gemeinsam oben bleiben. Ich muss jetzt nochmal auf diese Demo des Jahres hinweisen. Ein ganz wichtiger Termin für uns alle. Montag, den 24. Juli 17 Uhr. 17 Uhr ab 18 Uhr findet die Sommerkulturdemo auf dem Schlossplatz statt. Motto Druck in den Kessel für ein anderes Stuttgart. Ab 16.30 Uhr Königstraße Bewegungsmeile. Mit dabei Aktionsbündnis gegen S21. Anstifter, Anstifter, Adag Schondorf, Bürgerinitiative, Negator, Capella, Rebella, Dundu, Linkes Zentrum, Lilo, Hermann, Lokomotive, Mahnwache, Mehr Demokratie, Laura, Kingsklub, Naturfreunde, Ratgruppe, Robinwood, Seniorinnen, Seniorinnen und Senioren gegen S21. S21 ist überall. Stuttgart lauft den Ei und sonst und draußen. Und ihr alles, ihr alle seid willkommen. Ab 20 Uhr stellt Winfried Wolf im Rathaus sein neues Buch vor. Abgrund, tief und bodenlos. Stuttgart 21 und sein absehbares Scheitern. Nochmals am Infostand gibt es diese Flyer. Bitte holt sie ab, verteilt sie in der Stadt. Freunde, wenn es direkt vor deiner Nase klappert, laut und deutlich, du hörst es genau, dann greif einfach in deine Geldbörse und wirf den Inhalt oder einen Teil davon in die verplompten Klapperbüchse. Belohnt wirst du mit einem netten Lächeln und einer weiteren Demo. Danke an alle Klapperer. Vor einiger Zeit war zu lesen, dass die Geberländer mehr Geld für den Jemen zu geben gedenken. Knapp 7 Millionen Menschen wissen nicht, woher sie ihre nächste Mahlzeit bekommen. Fast 2,2 Millionen Kinder sind Mangel ernährt. 500.000 von ihnen droht der Hungerstod. Alle 10 Minuten stirbt ein Kind unter 5 Jahren. Deutschland erhöht die humanitäre Hilfe im Vergleich zu 2016 um knapp 17 Millionen. Auf sage und schreibe 50 Millionen Euro. Ich las das auf dem Weg zu Deutschlands teuersten und unnötigsten Bauvorhaben, das gut 12.000 Millionen Euro und mehr und mehr kostet. Für MS war es nichts traubt, aber auch gar nichts traubt. An alle Wirkköpfe. Eine in der Europäischen Keltstütze kostet 1,85 Millionen Euro. Laut Stuttgarter Zeitung vom 19. Mai 17. 25 dieser Spinnerstützen werden benötigt. Ihr seid doch alle krank. Beobachtet habe ich an diesem Tag im Bretterner Bahnhof einen Mann meines Alters, ärmlich gekleidet, Gehstock mit drei Stützen. Bei jedem Abfallkorb hinter inne langte hinein. Freunde, er hat nicht die Flaschen rausgeholt. Er hat sie nicht gesammelt. Nein, er hat die Dosen und die Kaffee, die Kronbächer leer getrunken, die letzten Tropfen heraus. Ich hatte das Gefühl, er hat es genossen. Kein Weg darf uns zu beschwerlich sein, den Stuttgarter Wahnsinn zu stoppen. Es gibt bei Gott Wichtigeres zu tun. Hören wir und freuen uns auf unseren Musiker Volker Rosenberger. Er spielt uns eine Romantik-Tune, eine Improvisation in D-Moll und dann eine Improvisation Santana in E-Moll. Und viel Spaß. Applaus Und viel Spaß. Schön. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Freunde, gleich mal vorab noch die Demo-Route zum Einprägen, damit ihr es euch merken könnt, ausgehend von hier immer geradeaus Richtung Bahnhof, über die ich am Königsallee bis zur Bahn mache. Merkt euch gut, denn dort endet die Demo mit dem Schwabenstreich. So, jetzt hören wir noch Karl-Heinz Rössler zum Thema Treibhausgasemissionen beim Bau von Stuttgart 21. Drogenes Moos am Straßenrand macht den Bürger noch mehr krank, oder so ähnlich. Liebe Freundinnen und Freunde des Stuttgarter Kopfbahnhofs und eines menschenwürdigen Eisenbahnsystems in Stuttgart. Im Dezember 2017 werden zwei Jahre vergangen sein, seit fast alle Staaten der Erde, außer Nicaragua und Syrien, das Klimaschutzabkommen von Paris vereinbarten. Allenfalls zwei Grad Temperaturerhöhung weltweit sind noch tolerierbar, um eine gigantische Katastrophe und vielleicht das Ende der Menschheit zu verhindern. Aber was geschieht? Es droht die Rolle rückwärts, nachdem Trump, der vermutlich dement ist, Psycholinguisten haben das in Amerika herausgefunden, noch ist es nicht offiziell, aber spricht doch viel dafür. Nachdem Trump in einem Wahnsinnsakt aus dem Klimaschutz ausgestiegen ist, muss es nun umso mehr darauf ankommen, die Bemühungen der anderen, vor allem Deutschlands, zu erhöhen. Die notwendige Radikalität vermissen wir bei der Bundesregierung und vor allem bei denen, die Klimaschutz eigentlich für ihre Kernkompetenz halten und die in Land und Stadt das Sagen haben. Schlimmer noch, Projekte, die nachhaltig die Klimabelastung noch verschärfen, werden ungeniert, man kann sagen, skrupellos fortgeführt. Und damit bin ich bei Stuttgart 21. Hier geht es natürlich zum einen um die mit diesem Projekt verbundenen Verkehrsverlagerung auf die Straße, die zu mehr Treibhausgasemissionen führt. Aber auch um zwei weitere Klimasünder, nämlich erstens die Erzeugung von Beton und die Produktion von Stahl als zweites. Beides sind die Hauptbestandteile von Tunnels und Tunnelbahnhöfen, aber auch von Brücken und von fast allen Gebäuden. Im Frühjahr dieses Jahres beauftragte mich das Aktionsbündnis damit, in einer grundlegenden Studie einmal die Treibhausgasmengen zu ermitteln, die durch Stuttgart 21 anfallen werden. Auch die Fraktionsgemeinschaft SOS Linke Plus hat einen Zuschuss zugesagt. Diese Arbeit ist noch nicht ganz abgeschlossen. An dieser Stelle möchte ich ganz besonders Herrn Heidemann von den Ingenieuren 22 danken, der mich mit seinem hervorragenden Fachwissen als Ingenieur großartig unterstützt. Ein erstes Zwischenergebnis meiner Studie kann ich Ihnen heute schon mitteilen. Der Bau von Stuttgart 21 verursacht rund zwei Millionen Tonnen an Treibhausgasen. Treibhausgas vor allem natürlich Kohlendioxid, aber auch Stickoxide wie Lachgas und Methan. Die Hauptursache für diesen Treibhausgasausstoß sind die Beton- und Stahlintensiven Tunnels. Die eine Gesamtlänge von gut 60 Kilometern haben, wenn man auch die neuen Stadtbahnpuls unter der Heilbronner Straße und bei der Staatsgalerie berücksichtigt. Zwei Millionen Tonnen, diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine abstrakte Größe, unter der sich vermutlich kaum jemand etwas Konkretes vorstellen kann. Sie alle aber kennen den ICE der ersten Generation, der seit fast 30 Jahren im Stuttgarter Hauptbahnhof ankommt und abfährt. Ein solcher Zug hat eine Masse von rund 800 Tonnen. Nun stellen Sie sich vor, von diesem Zug hätte die Deutsche Bahn nicht 60 Exemplare bestellt, sondern 2.500 Stück, die im Einsatz wären. Das wäre dann genau in der Summe dieselbe Masse wie 2 Millionen Tonnen Treibhausgas, die beim Bau von Stuttgart 21 freigesetzt werden. Da ein ICE rund 360 Meter lang ist, wären alle 2.500 Züge zusammen in diesem Bild rund 900 Kilometer lang. Es wäre also ein Zug, der von Stuttgart bis Niapel oder von Stuttgart bis Warschau reichen würde. Vielleicht haben Sie jetzt eine Vorstellung, was 2 Millionen Tonnen Treibhausgas sind. Aber diese 2 Millionen Tonnen sind noch nicht alles. Es kommen noch rund 200.000 Tonnen, also 10 Prozent, an Treibhausgas durch Stuttgart 21 hinzu. Hierbei handelt es sich um vier zusätzliche Treibhausgasquellen, nämlich erstens um die Herstellung der Schienen, Betonschwellen und festen Fahrbahnen für die neuen Gleise. Zweitens um die Grabungsarbeiten für die 60 Kilometer Tunnels, die Transporte zum Abfahren des gigantischen Berges und Aushub bis zu den Deponien, zum Teil 500 Kilometer entfernt im Harz und die Anlieferung des Baumaterials, beispielsweise für die Tübingen im Filtertunnel. Dann drittens, es handelt sich um den Betrieb und den Unterhalt der Tunnels und Tunnelbahnhöfe als Treibhausquellen, beispielsweise Rolltreppen und Aufzüge ohne Ende. Und viertens um den Zugverkehr in den langen Tunnels, denn Züge verbrauchen viel mehr Energie, wenn sie durch enge Tunnels fahren, statt oberirdisch. Die beiden letztgenalten Treibhausgasursachen werden in meiner Studie über einen Zeitraum von 30 Jahren betrachtet. Man kann natürlich sagen, wir könnten auch 100 Jahre ansetzen, denn so lange werden die Tunnels vielleicht halten, aber das wäre dann schon ein bisschen spekulativ, 30 Jahre scheinen überschaubar zu sein. Manche von Ihnen werden nun vermutlich sagen, was soll eine solche Studie über die Treibhausgasemissionen von Stuttgart 21 jetzt noch? Das kommt doch alles hin zu spät, denn die Tunnels sind ja schon im Bau. Aber zum einen darf die Verantwortung für das bisher Geschehene nicht unter den Tisch fallen. Und heute diese große Klimasünde zu beenden, ist immer noch viel besser als weiterzubauen. Es wäre nichts geschehen. Und zum anderen, selbst wenn diese Tunnels je vollständig gebaut werden sollten, was wir nicht hoffen, müssen sie gar nicht zwangsläufig dem unterirdischen Zugverkehr dienen. Im Gegenteil, es gibt mehrere Möglichkeiten, sie viel sinnvoller zu nutzen. So wie im Konzept Stuttgart Umstieg 21 vorgeschlagen wurde, kann man die große Baugrube am Hauptbahnhof, also im Herzen von Stuttgart, auf vielfache und viel nützlichere Weise verwenden. Zopp ist ja schon genannt worden, Bad, Park, Haus, Park, Plätze für Park-and-Ride-Autos. Doch dadurch wäre der ungefähr 900 Meter lange und bis zu 80 Meter breite Hohlraum noch längst nicht ausgenutzt. Hier wäre noch ausreichend Platz für ein City-Logistik-Terminal. Waren und sonstige Güter, die im Stuttgarter Talkessel an Geschäfte der Privatpersonen ausgeliefert oder auch eingesammelt werden, könnten hier zwischen großen elektrischen LKWs der Zukunft, beziehungsweise Güterwaggons und elektrischen Zügen auf der einen Seite und kleinen elektrischen Lieferwagen auf der anderen Seite umgeladen werden. Falls die Tunnels hier fertig würden, könnten sie als An- und Abfahrtsrouten für große LKWs zu diesem Terminal dann dienen. Diese LKWs würden dann oberirdisch gar nicht mehr in Erscheinung treten. Zum Zweiten könnten die Tunnels zugleich für die Zukunftstechnik der elektrisch angetretenen Omnibusse genutzt werden. Diese Busse könnten dann den neuen Zopp, den das Umstiegs-21-Konzept vorsieht, ansteuern oder von diesem neuen Zopp abfahren. Ein noch weiterer Schritt wäre es dann, die Tunnels auch für vollelektrisch angetretene PKWs der Zukunft zu nutzen. Denn ab 2050, nach dem Klimaschutzplan der deutschen Bundesregierung, soll es keine Verbrennungsmotoren geben. Dann werden alle Autos, wenn dieser Klimaschutzplan greift, nur noch Elektrostyling. Und diese Autos könnten dann auch automatisch gesteuert werden. Die Technik ist dann bestimmt so weit und einsatzfähig. Aber, jetzt kommt das Aber, bei diesen drei letztgenannten Vorschlägen, nämlich Nutzung der Tunnels für Elektro-LKWs, Elektro-Busse, eventuell Elektro-PKWs, muss verhindert werden, dass für den Autoverkehr neue Kapazitäten geschaffen werden, indem nun oberirdischer Straßenraum frei wird, weil Elektrofahrzeuge unter die Erde verschwinden. Deshalb muss garantiert werden, das ist eine essentielle Forderung, Es muss garantiert werden, dass Fahrspuren an der Oberfläche abgebaut und ganze Straßen stillgelegt werden. Und zwar in dem Maße, wie die Leistungsfähigkeit durch die neuen Tunnels geschaffen wird. Der so gewonnene Platz kann dann für Fuß- und Radwege und für Spiel- und Grundflächen umgewidmet werden. In Stuttgart entsteht auf diese Weise Raum für Menschen, Stadt für Autos. Das wäre ein unbeabsichtlicher, positiver Effekt von Stuttgart 21, wenn dieses Projekt endlich stirbt. Auch wenn meine Studie noch nicht ganz klar abgeschlossen ist, kann ich klar feststellen, wer es ernst meint mit dem Klimaschutz, muss Nein zu Stuttgart 21 sagen. Deshalb rufe ich Ihnen allen zu, auch im Sinne, den Treibhauseffekt einzudämmen. Obern bleiben! Vielen Dank Karl-Heinz Rössler. Er ist der zweite Name von dem uns bekannten Verkehrswissenschaftlichen Institut Viereck Rössler. Er begleitet uns von Anfang an gegen das Projekt 21 und unterstützt uns schon lange. Zum Schluss, liebe Freunde, noch ein paar kleine Termine. Friedenstadt Stuttgart am Montag, den 17. Juli 2017. Krieg, Macht, Armut, Flucht, Diskussionsveranstaltung zur Überwindung von Fluchtursachen mit Vertretern von Frieden- und Flüchtlingsinitiativen und Kandidaten zur Bundestagswahl. Am 17. Juli 20 Uhr, Welthaus Stuttgart, Charlottenplatz 17. Die Hamburg-Fahrer und Interessierte treffen sich am nächsten Freitag, den 14.07. um 20 Uhr im Gasparitsch in der Rotenbergstraße 125 zur Diskussion, zur Aufarbeitung vom Erlebnis in Hamburg. Morgen früh um 7 Uhr, Frühstück am Bauzaun. Wir verabschieden einen Rechen des Widerstandes, er zieht ins Allgäu. Unser lieber Karl, er verlässt Stuttgart. Wir wollen ihm einen Abschied bereiten. Wer Zeit hat und kommen möchte, Karl wird sich freuen. Er hat sehr, sehr viel für uns getan. Er saß auch in der Haft für uns. Das war für dich. So Freunde, jetzt kommen wir zum Demo-Zug. Kommt gut nach Hause, habt noch viel Spaß. Bis demnächst wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.